So, wir fangen direkt an. Und zwar habe ich von LA Colors so einen Schimmerstick irgendwie, so einen Creme-Lidschatten eigentlich. Den trage ich jetzt auf das komplette bewegliche Lid auf, als Basis. LA Colors ist eine Drogerie-Marke aus Amerika. Ich meine, man kann es im Internet bestellen, aber ich denke, es wäre einfacher, etwas von einer anderen Marke zu nehmen. Ich weiß allerdings nicht, was jetzt wirklich vergleichbar ist. Ich bin selber noch am suchen, weil ich den noch gerne in anderen Farben hätte, weil rosa für ein blaues Auge ist ein bisschen doof. Ich lasse es euch aber dann wissen. Wir arbeiten heute nur mit der Schimmerpalette der 88er. Wir benutzen dieses hell, türkis, blau, was auch immer und tupfen das. Das habe ich fast vergessen. Wir tupfen das innen auf dem Auge auf. Ungefähr so ein Drittel des Auges. Könnte auch etwas drüber gehen. Und unten auch. Pinsel immer sauer machen. Es ist ein super schnelles, super einfaches Make-up, finde ich. Ist nur viel mit Blenden. Dann dieses blaue hier, ein etwas kräftigeres. Türkis. Das kommt in die Mitte und tupft das auch auf den Übergang, sodass das ein schöner, weicher Übergang wird. Und nun, Pinsel wieder mal sauber machen, nehmen wir dieses wunderbare, wunderschöne, dunkle, blau, lila hier unten. Und das kommt dann auf den äußeren Augenwinkel. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Es wird dann so schön getupft. Und es geht auch in die Lidfalter. Da könnt ihr dann eure Form zaubern, so wie sie bei euch am Auge am schönsten ist. Das lassen wir erstmal so. Jetzt nehmen wir einen kleineren Pinsel. Und das gleiche Farbenspiel, was oben drauf ist, wird jetzt auch unten gemacht. Also, ich nehme das kräftige Blau in der Mitte, weil das Helle, das haben wir ja schon aufgetragen. Trage das in der gleichen Breite auf. Und nehme noch das schöne, dunkle, blaue, lila, was auch immer. Und trage das außen auf. Und verbinde das hier so ein bisschen, damit es geschlossener aussieht. So, das ist eigentlich schon alles vorerst. Ich mache wieder das Überflüssige weg. Ich habe im Moment noch keinen Blendingpinsel, deswegen muss ich halt ein aus Koko's Set benutzen. Also alle Pinsel, die ich benutze, sind aus Koko's Set. Auf jeden Fall wird jetzt geblendet. Das heißt, ihr verwischt einfach die Konturen. In der Lidfalte, ganz wichtig. Das könnte übrigens wirklich lange dauern, weil die Farbe sehr auf diesem Schimmer-Stick irgendwie klebt. Und außen. Ihr wollt halt keine harten Kanten haben. Dann geht ihr unten einmal drüber. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt. Und schon habt ihr ein schön geblendetes Auge. Falls, kann sehr gut passieren durch das Blenden. Falls ihr irgendwelche Lücken habt, irgendwie in der Farbe, nehmt ihr einfach nochmal euren Pinsel, den ihr auch vorher benutzt habt. Und tupft etwas Farbe nach. Ich mache das mal eben. Wir gehen noch einmal drüber, um die Konturen etwas weicher zu machen. Ich kann heute auch nicht mehr sprechen. Ich habe gerade schon gesagt, oder? Naja. So. Das ist erstmal alles. Jetzt noch den Highlighter. Und zwar benutze ich dieses wunderschöne Vanille. Hast du 98er schon mal verhalten? Party. Palette? Ich will Party machen. An einem Montag. Naja. Und trage das auf. Gehe ich noch einmal über meine Augenbrauen. Weil die immer sehr viel Puder aufnehmen. Und die Form, die sehr wichtig ist. Das ist jetzt wirklich ganz eure Sache, ob ihr die folgenden Schritte macht. Ich benutze halt noch einen schwarzen Eyeliner. Das ist jetzt von P2 Beauty Insider. Die ganzen gesammelten Produkte findet ihr auch auf meinem Blog. Und ziehe damit die Wimpern nach. Einfach damit die Wimpern ein bisschen dunkler sind. Dann kommt noch ein weißer Kajal. Oh, der ist eklig. Schön dreckig. Ich habe endlich einen weißen Kajal gefunden, der mir auch passt. Der von Wet n' Wild, den ich mir vorgestellt hatte. Der ist nicht so. Von UMA gibt es jetzt einen für 99 Cent, glaube ich. Der ist super. Man muss zwar mehrmals drüber gehen, aber naja. Das machen wir jetzt einfach. Damit diese dunklen Farben auch nicht zu sehr das Auge ertrücken. Erdrücken? Nein. Auf jeden Fall kommt jetzt halt noch Wimperntusche, Rouge, das übliche Tralala. Und ja, ich hoffe, euch hat der Look gefallen. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.